Norddeutscher Rundfunk 2021 Applaudissements Ganz, ganz, ganz große Klasse! Bravo, 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 bravo! Bravo, 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 bravo! Ich denke mal, wir haben es auch verdient gewonnen. Aber wie gesagt, wir haben sehr, sehr viele neue Spieler dabei. Spielerisch fehlt noch, also da sind wir noch nicht ganz am Limit. Ja gut, das war das erwartet schwere Auswärtsspiel hier im Geildorf gegen eine individuell stark besetzte Truppe. Wir wussten, was auf uns zukommt. Wir konnten leider 90 Minuten lang überhaupt nicht an unsere Leistungen der Vorwoche anknüpfen und gehen deswegen auch in der Höhe verdient als Verlierer vom Platz. Glückwunsch an Geilhoff! Amen.